ich habe mir gedacht ich kommentiere euch einfach mal mein erstes youtube video viel spaß dabei hallo hier auf diesem kanal mein name ist motion mask ja meine auch und jetzt ich hoffe euch gefallen die nächsten videos die bald kommen das ist mein erstes video auf dem kanal hier ja und das ist mal 132 das video ich habe vor jeden diensten jeden samstag ein video zu bringen ja hat ja nicht so gut geklappt mein letztes video ist vor drei monaten rausgekommen also ok und ich hatte ja vor diesem kanal schon mal einen kanal auf youtube von dem kommen vielleicht manche jetzt weil ich ja auch dort ein video zur selben zeit hochgeladen habe dass ich einen neuen kanal habe eigentlich ist da keiner gekommen und ich werde hier auch andere videos machen das andere war ein stop motion kanal eher also mit lego figuren und so und das hat aber nicht mehr so ganz zu mir gepasst und deswegen habe ich mir diesen neuen kanal hier erstellt und da werde ich jetzt auch vielleicht mal vlogs bringen oder einfach mal naturvideos wie ich in der natur bin oder so und ich hoffe euch wird es gefallen das war es auch von dem video das ist heute nur ein kurzes video als erstes video auf dem kanal hier das war es dann bis nächsten dienstag und tschüss ja ich würde mal sagen das war es auch von mir die stimme aus dem off wir hören oder sehen uns dann wieder so in drei monaten falls euch das video gefallen hat gerne ein like da lassen und abonnieren nicht vergessen